In diesem Tutorial werden wir uns die Bedeutung der ersten Ableitung als Steigung anschauen und das anhand typischer Beispiele. Für den Anfang sollten wir natürlich klären, wieso die Ableitung als Steigung bezeichnet wird. Dafür nehmen wir ein einfaches Beispiel. Bestimme näherungsweise die Steigung oder die Ableitung der Kurve an den markierten Stellen. Die Kurve, die gemeint ist, ist die hier. Und die Stellen, oder besser gesagt die Punkte, wo wir die Steigung oder die Ableitung ermitteln wollen, sind hier an diesem Schaubild mit rot markiert. Von links nach rechts betrachtet, schauen wir uns jetzt den ersten Punkt an der Stelle minus 2 an. Wenn wir in diesem Punkt jetzt die Steigung der Kurve bestimmen wollen, dann müssen wir in erster Reihe eine Tangente an dieser Kurve anlegen. Das sieht aus wie die grüne Gerade, die ich hier dargestellt habe. Zur Erinnerung, eine Tangente ist eine Gerade, die an dieser Stelle die Kurve berührt. Und was wir eigentlich brauchen, ist die Steigung dieser Tangente oder die Steigung dieser Geraden. Zur Erinnerung, das kriegt man grafisch sehr einfach über einen sogenannten Steigungsdreieck raus, das ich auch hier mit rot angedeutet habe. Und aus der siebten und achten Klasse sollte jeder von euch noch diese Formel kennen, die ich hier links eingeblendet habe. Also m ist gleich Delta y, Delta x, die können wir auch hier bei unserem Steigungstreieck benutzen, um die Steigung der Näherungsweise zu ermitteln. Zur Erinnerung, das war hier Delta x und das ist hier Delta y, also die Differenz der x- und der y-Werte. Und anhand unseres Koordinatsystems können wir die Näherungswerte für diese Delta x und Delta y ermitteln. Also auf der x-Achse gehen wir von minus 2 bis minus 1, also ist Delta x natürlich 1. Und auf der y-Achse gehen wir von 0, also von der x-Achse nach unten bis ungefähr minus 1. Deshalb wäre Delta y an dieser Stelle minus 1. Man muss nicht unbedingt das Minuszeichen mitnehmen jetzt an dieser Stelle, aber ich nehme es, weil dieser Dreieck eine negative Steigung mit sich bringt oder da die Tangente eine negative Steigung besitzt. Jetzt könnten wir das Ganze auch mit Hilfe der Ableitung hinschreiben. Also wir könnten sagen, die Steigung oder die Ableitung an der Stelle minus 2 ist gleich dieser Delta y durch Delta x. Also damit meine ich natürlich minus 1 geteilt durch 1 und das ist natürlich minus 1. Damit hätten wir schon die Steigung an dieser Stelle minus 2. Die nächste Stelle, die wir anschauen, ist natürlich 0. Das ist der sogenannte Tiefpunkt hier bei der Kurve. Und auch hier habe ich eine Tangentengleichung angedeutet mit grün. Aber ihr könnt hoffentlich sofort erkennen, dass diese Tangente die Steigung 0 hat. Oder anders gesagt, es handelt sich hier um eine waagerechte Tangente, wo wir kein Steigungstreieck basteln können. Deshalb können wir mit gutem Gewissen an dieser Stelle sagen, dass f' von 0 gleich 0 ist. Und einen Punkt haben wir noch oder eine Stelle hier bei 1. Auch hier könnten wir einen Steigungstreieck andeuten und die Steigung ablesen. Also Delta x ist diese Strecke hier und es geht von 1 bis 2. Also es wäre wieder 1. Und ja, Delta y ist nur so gut ein bisschen abschätzbar. Ungefähr eine halbe Einheit geht es nach oben. Deshalb nehme ich jetzt mal hier näherungsweise 0,5. So und damit können wir auch die letzte, die Steigung an der letzten Stelle bestimmen. Also f' von 1 ist dann 0,5 geteilt durch 1 und das Ergebnis ist dann 0,5. Also das waren die Steigungen dieser Punkte näherungsweise anhand des Graphen abgelesen. Im nächsten Schritt schauen wir uns natürlich an, wie wir diese Steigung oder diese Ableitung auch rechnernisch ganz genau ausrechnen können. Also nicht nur näherungsweise anhand des Graphen. So und dafür, wie bereits erwähnt, brauchen wir die Ableitung. Also ich habe jetzt nochmal die Funktion hingeschrieben und das erste, was wir tun, wir bilden die erste Ableitung. Also f' von x wäre in diesem Fall 2 mal 1 Viertel, das sind 1,5 x und die minus 1 hinten fällt natürlich weg. Und jetzt fangen wir wieder mit der Stelle minus 2 an. Also, wir berechnen einfach f' von minus 2 und das würde dann einfach nur bedeuten, 1,5 mal minus 2. Also wir setzen für x einfach die minus 2 ein. Zusammengefasst ergibt das minus 1. Zufälligerweise der gleiche Wert, den wir vorher näherungsweise abgelesen haben. Dann brauchen wir die Stelle 0. Deshalb berechnen wir jetzt f' von 0. Ja, und das ist ja nichts anderes als 1,5 mal 0. Das ergibt natürlich 0. Und die letzte Stelle ist bei 1. f' von 1 ist dann 1,5 mal 1 und das sind wieder 1,5. Also zufälligerweise, weil unsere Kurve sehr schön und sehr genau war, haben wir die gleiche Werte näherungsweise abgelesen. Aber normalerweise ist das der genaue rechnerische Weg, den man durchführen muss, um die Steigung an einer bestimmten Stelle herauszufinden. Bevor wir weitermachen, einen kleinen Hinweis an dieser Stelle. In diesem Tutorial geht es nicht um grafisches Ableiten. Im passenden Video dazu findet ihr am Ende dieses Tutorials in Abspann, wenn bedarf. Hier geht es eher um die rechnerische Anwendung der Ableitung als Steigung. Und genau das könnt ihr bei den kommenden Beispielaufgaben sehen. Es folgt jetzt eine Beispielaufgabe mit mehreren typischen Teilaufgaben, die im Zusammenhang mit der Steigung einer Funktion von Bedeutung sind. Und mein Ziel bei dieser Aufgabe war letztendlich am Ende dieser Aufgabe, alle möglichen Fragestellungen in diesem Zusammenhang zu decken. Wir fangen jetzt mit der ersten Teilaufgabe an. Also gegeben ist die Funktion f von x. Die Gleichung steht hier oben. Und die erste Fragestellung ist, bestimme die Steigung der Tangente an den Graphen von f im Punkt P mit den Koordinaten 1 und f von 1. So, sobald ihr das Wort Steigung liest, solltet ihr natürlich an die erste Ableitung denken. Und die Funktion ist ja oben schon gegeben. Das bedeutet, wir können jetzt hier die erste Ableitung bilden für diese Funktion. Das wäre dann 3x hoch 2 minus 2. Und das ist die allgemeine Steigung für die ganze Kurve. Aber wir brauchen nur die Steigung an der Stelle 1 oder in diesem Punkt. Das bedeutet, wir müssen nur die 1, die x-Koordinate des Punktes, in die erste Ableitung einsetzen. Also entsprechend wäre dann f' von 1 gleich 3 mal 1 hoch 2 minus 2. Naja, das ist ja 3 minus 2 ergibt 1. Also so einfach ist diese Fragestellung. Man verlangt nicht von euch die Tangentengleichung, sondern nur die Steigung der Tangente. Bei der zweiten Teilaufgabe sollen wir untersuchen, ob der Graph von f Punkte mit waagerechter Tangente besitzt. Zur Erinnerung, wir haben auch in dem einführenden Teil gesehen, eine waagerechte Tangente hat immer die Steigung 0. Und das bedeutet, dass wir die erste Ableitung der Funktion gleich 0 setzen müssen. Also die Steigung muss 0 sein bei dieser Punkte. So, die erste Ableitung haben wir ja schon. Und das bedeutet, wir nehmen diese 3x² minus 2 und setzen es gleich mit 0. Entsprechend können wir dann diese Gleichung nach x umformen. Also einmal die minus 2 rüber mit plus 2. Dann haben wir 3x² ist gleich 2. Und dann noch geteilt durch 3. Somit haben wir dann x² ist gleich 2 Drittel. Um an das x ranzukommen, müssen wir natürlich die Wurzel ziehen. Und das schreibe ich jetzt weiter hier an der Seite. Wir haben dann entsprechend zwei Lösungen. x1 ist einmal plus Wurzel aus 2 Drittel. Und die zweite Lösung ist natürlich minus Wurzel aus 2 Drittel. Jetzt müssen wir nur eine Schlussfolgerung ziehen. Was sagen uns diese Ergebnisse? Naja, wir haben die erste Ableitung gleich 0 gesetzt oder die Steigung gleich 0 gesetzt. Und wir haben zwei Lösungen rausbekommen. Das bedeutet für uns, dass es genau zwei Punkte gibt, wo der Graph eine waagerechte Tangente besitzt. Oder mit der Steigung 0. Die nächste Teilaufgabe ist relativ ähnlich mit der zweiten. Und zwar ermittle alle Punkte, an denen der Graph von f die Steigung 1 hat. Also bei dieser Teilaufgabe sollte die Steigung 1 sein. Zur Erinnerung, das war die erste Ableitung, die wir bereits gebildet haben. Und wenn die Steigung 1 sein sollte, dann bedeutet unser Ansatz lautet, f' von x muss diesmal 1 sein. Vorher ist bei der Teilaufgabe b 0. Also ich nehme die erste Ableitung hier an der Seite, 3x² minus 2, setze es gleich mit 1 und wir formen natürlich wieder nach den x um. Also das heißt erstmal die 2 rüber. Dann haben wir 3x² ist gleich 3. Und dann geteilt durch 3, somit ist dann x² gleich 1. Am Ende ziehen wir die Wurzel und haben damit zwei Lösungen. Einmal x1 ist gleich 1 und einmal x2 ist gleich minus 1. Aber wir sind an dieser Stelle noch nicht fertig. Diesmal steht am Ende alle Punkte. Im Moment haben wir ja nur die Stellen, wo die Steigung 1 ist, also die x-Werte. Um die Punkte herauszubekommen, braucht ihr natürlich für diese Stellen noch die passenden y-Koordinaten. Das heißt, am Ende noch in die Anfangs- oder Ausgangsfunktion einsetzen, hier oben. Entsprechend werden wir dann einmal f von 1 ausrechnen müssen. Das ist dann 1 hoch 3 minus 2 mal 1 ergibt minus 1. Und einmal f von minus 1. Das ist dann minus 1 hoch 3 minus 2 mal minus 1. Das ergibt zusammengefasst minus 1 plus 2 ist dann 1. Das heißt, der erste Punkt, ich bezeichne ihn jetzt als P1, hat die Koordinaten 1 und minus 1. Und der zweite Punkt, P2, hat dann die Koordinaten minus 1 und 1. Die Teilaufgabe D will von uns die Koordinaten aller Punkte, an denen die Tangente den Steigungswinkel 45 Grad hat. Naja, in erster Reihe solltet ihr euch erinnern, welche Verbindung zwischen ein Steigungswinkel und der Steigung gibt. Und diese Verbindung wird durch eine Formel festgehalten, die ich jetzt hier rechts einblende. Und zwar Tangens Alpha ist gleich M. Übrigens, auf die Herleitung dieser Formel werde ich jetzt an dieser Stelle verzichten. Das ist nicht der Sinn der Sache. Allerdings für die Neugierigen unter euch einen kleinen Hinweis. Versucht an einem Steigungstreik einfach die Tangensfunktion für den Steigungswinkel anzuwenden. Dann kommt ihr automatisch auf diese Formel. Gut, wie ihr interessiert uns für die Anwendung dieser Formel? Also, wir haben unser Steigungswinkel Alpha, der beträgt 45 Grad. Und das bedeutet, wenn wir den haben, dann können wir das alles in den Taschenrechner eintippen und unsere Steigung herausfinden. Weil mit diesem Steigungswert können wir das Ganze dann ausrechnen. Also, entsprechend hätten wir dann Tangens von 45 Grad. Und wenn ihr das in den Taschenrechner eintippt, bitte aufpassen, der Taschenrechner muss auf Gradmaß. Oder die Grie eingestellt sein. Dann findet ihr heraus, dass die Steigung dann 1 ist. So, und das bedeutet, diese Fragestellung verlangt von euch das Gleiche wie die Teilaufgabe C. Also, alle Punkte zu ermitteln, wo die Funktion die Steigung 1 hat. Also, auch hier hätten wir den gleichen Ansatz wie oben. f' von x ist gleich 1. Und somit auch die gleichen Ergebnisse wie bei der Teilaufgabe C. Und jetzt sind wir hier bei der Teilaufgabe E. Nur mal so am Rande, das ist unsere vorletzte Teilaufgabe. Also, ihr habt es bald geschafft. Also, wir haben wieder unsere Funktion von oben. Und die Fragestellung lautet, untersuche, ob es Punkte gibt, in denen die Tangenten an den Graphen von f parallel zu Geraden g mit der Gleichung y gleich 10x plus 4 verlaufen. Okay. Klar, wenn ihr das braucht, drückt kurz auf Pause und liest euch in Ruhe die Aufgabenstellung durch. Jetzt, bei der Auswertung dieser Aufgabenstellung geht es um Tangenten, die parallel sein sollten zu einer Geraden, die hier angegeben ist, dieser y gleich 10x plus 4. Naja, das können wir uns auch so vereinfacht vorstellen als zwei Geraden, die zueinander parallel sind. Also, die Tangente, die rote Tangente T, ist eine Gerade und die ist parallel zu einer anderen Geraden. Und wenn zwei Geraden parallel zueinander sind, dann haben sie die gleiche Steigung. Zur Erinnerung, bei dieser Geradengleichung hier, also jeder Gerade hat ja die Form y gleich mx plus c oder mx plus b, wie auch immer. Und das bedeutet für uns, dass die Steigung genau diesen Wert hier hat, 10. Also, das ist die Steigung der Geraden g. Und unsere Tangente muss ja die gleiche Steigung haben. Und die Steigung der Tangente ist immer die erste Ableitung. Das bedeutet, daraus können wir schlussfolgern, dass f' von x gleich 10 sein muss. Also, das ist der Ansatz, den man bilden kann, anhand dieser Aufgabenstellung. Gut, die erste Ableitung für diese Funktion hatten wir schon oft genug gesehen, war 3x² minus 2. Und dann setzen wir gleich mit 10 und formen entsprechend wieder nach x um. Also, erstmal plus 2. Dann haben wir 3x² sind gleich 12. Geteilt durch 3. Somit x² ist gleich 4. Wir ziehen wieder die Wurzel und haben zwei Lösungen. Einmal 2 und einmal minus 2. So, und durch diese Rechnung haben wir untersucht, ob es Punkte gibt, in denen die Tangente parallel zu dieser Geraden ist. Und tatsächlich gibt es zwei Punkte. Einmal an der Stelle 2 und einmal an der Stelle minus 2. Und hier ist unsere letzte Teilaufgabe, f. Diese Teilaufgabe sollte euch eigentlich, wenn ihr bis jetzt aufgepasst habt, nicht mehr so schwer fallen. Ich überfliege kurz die Aufgabenstellung und untersuche, ob es Punkte gibt, wo f die gleiche Steigung besitzt wie die Funktion h. Und die Funktion h ist ebenfalls gegeben. Also, zwei Funktionen, f und h, sollen die gleiche Steigung haben. Das bedeutet, übersetzt, dass die ersten Ableitungen gleich sein müssen. Also, unser Ansatz lautet, f' von x wird gleichgesetzt mit h' von x. Gut, für f hatten wir ja bereits die Ableitung. Die schreibe ich jetzt nochmal hier auf der linken Seite. 3x²-2. Und die Ableitung der Funktion h, die Funktion h ist relativ einfach, deshalb können wir sie auch hier bilden. Also, 3 kommt nach vorne, dann bleibt ja nur noch x² plus 2. So, und die Gleichung müssen wir jetzt nach x umformen. Das heißt, ich bringe einmal das x² von der rechten auf der linken Seite mit minus x². Und die minus 2 von links mit plus 2 auf der rechten Seite. Und damit haben wir dann 3x²-x² sind dann entsprechend 2x². Und auf der rechten Seite 2 plus 2 sind natürlich 4. Wir teilen dann durch 2. Entsprechend haben wir x² ist gleich 2. Ziehen erneut die Wurzel. Und allgemein haben wir dann 2 Lösungen. Einmal Wurzel 2 und einmal Minuswurzel 2. Und das bedeutet für unsere Aufgabenstellung, es gibt 2 Punkte, wo die beiden Funktionen die gleiche Steigung haben. Zum Schluss noch ein paar Hinweise, die euch hilfreich sein könnten. Im Zusammenhang mit diesem Thema spielt auch natürlich die gegenseitige Lage von 2 Funktionen eine Rolle. Also, ob sie sich berühren oder senkrecht schneiden. Dann, grafisches Ableiten, ja, das ist natürlich auch wichtig. Sowie das Aufstellen von Tangenten und normalen Gleichungen. Ebenfalls kann man die Steigung auch für Monotonie und Krümmungsverhalten benutzen. Und wenn Bedarf, Tutorials zu allen dieser Themen findet ihr jetzt gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht. Ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kosten nichts. Deine Person kam – ich sie vä ca willkommen. Und wenn euch das Video ist, werden euch ein wirklich crawlingesames Somitben. Und wenn euch das Video aussehen probability. Vielen Dank.